Hallo, ich bin die Luise von Session from the Workshop und wir sind gerade in Würzburg beim Newcomer Contest in Bayern. Und ich habe den Max heute bei mir, genau, der zu Adoleskens gehört. Ihr wart jetzt die erste Band, die quasi von den Finalisten auf der großen Bühne stand. Ich bin ein bisschen durchgelaufen, es ist ganz schön viel los. Wie war es denn, ist alles so gelaufen, wie ihr es euch erhofft, erwünscht hattet? Ja, es lief eigentlich ziemlich gut. Wir hatten so ein bisschen Befürchtungen, dass es irgendwie vielleicht von der Technik nicht hinhaut. Man hat nur zehn Minuten Umbauzeit, was schon recht knapp bemessen ist. Aber es war cool. Also ich bin auch, bevor es jetzt losging, nicht auf der Bühne gestanden und dann irgendwie hoch zu gehen und dann stehen da doch schon eine ganze Menge Leute vor. Das ist schon ganz gut. Aber ging es von der Aufregung her oder war es... Ach, die Aufregung kommt bei mir... Also der Rest von der Band ist meistens recht entspannt. Es kommt bei mir meistens so eine halbe Stunde vor dem Auftritt bis zehn Minuten vor dem Auftritt und dann ist es wieder cool. Aber das ist dann so super unangenehm, so 20 Minuten so... Ja, bringt demnächst ein neues Album raus. Und zwar im Oktober. Genau, was erwartet uns denn da so? Ja, ehrlich gesagt, das ist unser erstes Album. Das ist unser Debütalbum. Das kommt am 28.10. Und das ist jetzt so das Baby, das über die letzten drei Jahre entstanden ist und wo ganz viel Herzblut drin steckt und Zeit und Energie. Genau, und jetzt ist es tatsächlich Wahrheit geworden und es kommt in drei Wochen über ein ganz tolles Level aus Berlin raus. Wie habt ihr reagiert, als ihr gehört habt, ihr seid quasi hier die Finalistin, ihr seid da dabei heute? Ich war ein bisschen überrascht, weil ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass man vielleicht so einen Vorentscheid spielt oder dass man irgendwie gegeneinander antritt. Es ist ja ein Contest letztendlich und dann schickt man ja eigentlich nur was hin und ist dann aber schon im Finale, wenn es gut läuft. Da war ich ehrlich gesagt schon überrascht, aber natürlich haben wir uns gefreut, das ist eine coole Sache. Wir haben zuvor noch nie in Würzburg gespielt und ja, ich meine auch mal so von einer Menge Leute zu spielen ist auch cool. Und wie habt ihr euch vorbereitet auf den heutigen Tag? Gute Frage. Wir mussten das im Zeittrubel irgendwie noch unterbringen, weil wir gerade, wir haben jetzt in drei Wochen das Album released mit der Release Show und anschließend gehen wir in zwei Wochen auf Tour. Aber ich glaube, dass das so der Pluspunkt in der Vorbereitung war, weil wir da doch eh im Set so eingespielt sind und sagen konnten so, okay, das Set läuft jetzt und da picken wir alles uns raus. Aber es gab jetzt keine ausschließliche, keine 20 Proben nur fürs Finale, sondern das ging so einher mit allen anderen Sachen. Gut, dann bedanke ich mich ganz vielmals bei dir, Max. Gerne. Ich bin die Luisa von Session from the Workshop und vielen Dank an den Max nochmal von Adoleskens.